Willkommen zurück bei TheForest Hi hallo So, ich muss jetzt mal wieder was essen hier? Ja, ich auch, das ist ne gute Idee Müsst ihr es erst hier mal da? Ach, meiner isst gleich wieder, das ist gut Brauch ich's nicht braten Na gut, ich hab's ins Feuer reingetan und kann gleich essen auch nicht schlecht Gespeichert hammer, oder? Bisschen trinken muss ich auch Warte, ich speichere lieber das so Genau, was haben wir jetzt vorgenommen für die Folge? Ah, da hinten sind schon wieder zwei eingeworhen Egal Könnten wir mal Rüste holen, ne? Wir könnten die anlocken und dann wieder hierher Komm, das machen wir jetzt noch schnell Okay, das ist zwar jetzt nicht unsere Planung Das sind drei, doch drei, okay, der andere ist weiter weg Komm, wir holen wir uns Die Planung war Erstmal unser Lager wieder ein bisschen auffüllen Also mit Holzloks Genau Und dann wollten wir vielleicht draußen gehen Die Plattform wollten wir nochmal Genau Und die Plattform wollten wir da mal Ausbauen Genau, die Plattform Warte, ich lauf jetzt nicht hin, sondern geh bis zu Jetzt geh's ja Ja genau, wegen Ausdauer, ne? Der geht aber so komisch irgendwie Ja, das ist doch in Ordnung Warte, ich versuch mal mit dem Pfeil im Bogen Genau, probier's mal Probi ihn mal anzuhitten schon mal Sehr schön Was war das denn? Oh Gott, sie sieht uns nicht Doch jetzt, ne? Die andere checkt es gar nicht Hey, da liegt was? Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie Jetzt ist sie da Hey, ich hab dich nicht beworfen Was ist denn dein Problem, Alter? Oh, tschuldigung Lol Schon tot Ich hab dich nicht Na schossen Das war der Skull Warum greifst du mich an, du Blöde Kuh Was jetzt cool wär, wenn ich jetzt noch irgendwie jetzt die Pfeilin nochmal holen könnte Das wär cool, ja Ja, weil das ist echt fast, ne? Das ist schon Ich nehm die gleiche schon mal Ich geh schon mal vor, ne? Ja, der ist so weit weg Ja, scheiß drauf Warte, das sind zwei Vögel Ah, da waren wieder Coins Alter Jawoll Und alter Sehr schön Ich hab ein bisschen Vögel erwischt Ich habe einen Vogel Hey, das, das, sie liegen ja heil Ja, das haben wir doch schon am Anfang gewusst Oh, jawoll, noch ein Vogel Nice Alter, mir geht's hier richtig gut her Habe da noch nicht, will dich Nein, Feder Feder Feder, Feder, Feder Feder Feder, komm wieder runter Och man Alter, da kann man grad voll die Vögeljagd machen, ey Ja Jawoll Alter Ich hab grad zwei Vögel erwischt Ich hab schon den dritten, Mann Ist voll krass halt Ah, die ganzen Federn, da ist sehr schön Oh, ich kann überhaupt kein Fleisch mehr mitnehmen Ja So Gut, ich glaub das war's, oder? So Ach, das Tor wollten wir auch noch machen, ne? Für den Lockholder Stimmt Stimmt, das wär vielleicht Sollten wir das vielleicht doch schon machen Ja, wär fast, ne? Ja, weil wir das ganze Holz holen wollen und so Oh, hast grad zwei Sticks oder so Müsste ich glaub ich haben Dankeschön, mach mal an Alles sieht richtig geil aus, ne? Weil meine Waffe daß jetzt bisschen Blut dran Haha Okay, ich will die Waffe jetzt auch haben Pass auf, Inventory Haha Wenn der Shell jetzt voller Blut ist, hm Ach, ich hab grad keinen Stick da Scheiße Ach, ich hab grad keinen Stick da Da ist die Kolde, Juliane Ähm Hm Alter Das da und C So Und jetzt äh Hoppapapa Die Waffe Baumharz Zähne Ich weiß nicht Ich hör Ich tue's einfach mal die ganzen Knochen die ich hab Da in diesen Container da rein Hab extra gebaut hier Mhm Alter Damage ist mega hoch, blocken auch So Geil Geil Halt denn deine Rüstung noch dazu, eigentlich nur alles ausgemacht Oh, ja Ja, gut, das dann reiß mal für dieses Torlander Warst du die, was du die Knochen rein? Ach, hast du das gebaut? Ja Das ist nice Komm, die Knochen einfach verstauen Und alle weg Okay, danke, schön Warum du es nicht gleich ausgerüstet hast, verstehe ich nicht Ja, ja So Weil ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwann mal die Kleider vielleicht noch für irgendwas anderes brauche Kacke wär's jetzt, wenn wir die Session auch wieder beenden Und ich dann wieder die ganzen Teile nicht hab Jo Hier ist es mir lieber die Mühe belassen Okay, jetzt pass auf, jetzt hacken wir das Ding hier weg Komm schon Ja, genau, wunderbar Komm, das ist, könnte man das immer noch reparieren jetzt? Nee Nee, jetzt nicht Doch, man kann's immer noch reparieren Wie, man kann's immer noch reparieren So, das ist rot, nee, okay, nee Oh, das haben wir kaputt gemacht hier Oh, das haben wir kaputt gemacht hier Weil die habe ich kein Tresap mehr Ach so, falsch Ich brauch das Bau-Menü Und da waren wir da nochmal Und dann da runter Also langsam komme ich auch mit dem Menü zurecht Das geht schon bei mir mittlerweile Jo Fast Verdamm, dicker Dickmarker, hm Soll ich mal so einen Zap-Collector bauen? Obwohl Naja, gut, aber wenn wir eigentlich Bäume Scheiße, das ist zu kurz Das kann's jetzt nicht sein, oder? Pass auf Es ist zu kurz Oh, da laufen wieder welche Bauen wir uns sonst? Ja, warte, ich bau grad Na gut, sind schon weg Ich bau grad schön mein Leben, ja? Glaubst du, wir sollten Baumharz sammeln? Also mit so einem, weil da kann man so einen Baumharz-Sammler bauen Hängt man so einen Baum Hängt man so einen Baum Hängt man so einen Baum und ja Und der Tropf fällt immer wieder das rein Aber ich glaub das braucht man auch nicht, oder? Scheiße, das geht nicht Wie viel Baumharz hab ich denn? Warum geht denn das jetzt nicht? Kein Baumharz mehr Hm, ich hab kein Baumharz mehr Ich glaub wir müssen Die ist eh beschädigt Das ist gut Ich hoff das es nicht zu groß ist jetzt Es tut mir leid, aber es musste jetzt sein Weil das war zu kurz Ach verdammt Also B und I veräcksele ich manchmal noch Jetzt sind wir für nicht mehr sicher, ne? Wenn jetzt dunkel wird Hä, was ist das denn? Dein Arsch ist immer noch rot Hä, was? Wieso? Mach es! Do it! Was? Ah Gott zack Was ist denn das für ne Scheiß? Dann fang ich halt hier an Jetzt geht's Hä? Guck mal der macht ja immer diesen Scheiß Huckel da Passt das nicht? Ja dieser Huckel da Der stört mich Der da Das stört mich Sorry das geht so nicht Das, das, das Ich finde Unakzeptabel Ja, das ist für mich Nicht akzeptabel so was Ja da kommt doch eh nur das Tor rein Vielleicht geht das ja dann Hä, was ist das jetzt? Wieso Wieso ist da immer noch was? Halter Vielleicht musst du das rechts noch reparieren Irgendwie hast du es wieder gestaltet Nein, was weiß ich Jetzt pass auf Ah Gott sag ich drück immer I zum Bauen Ich weiß nicht warum Warum? I know this feeling Hä? Was ist denn mit dir? Was ist denn Scheiß Problem? Warum gehst du immer da hoch? Was ist denn das? Ich könnte das Kotzen kriegen grad Echt? Ist so als wäre eine unsichtbare Wand oder so Machen wir es so Haku zack Nee, es will nicht Es geht einfach nicht Er springt immer wieder nach oben Ich raff es einfach nicht Ja gut, dann müssen wir damit leben Scheiße Es tut mir leid Skull, wir müssen damit leben Okay Hä? Was ist denn jetzt? So Haku zack Genau so So wollen wir das Ach, da waren Oder wollen wir das Tor nach innen aufmachen Nee, schon nach außen oder? Nach außen, ja Gut Ja, dann brauchen wir 18 Oh, das sieht man jetzt gar nicht Direkt Weil das halt Na ja, wurscht Ach, haben wir nicht unten noch irgendwie welche So zum vor Ort Stimmt ja, da haben wir auch was gehabt Vier Stück Die müssen wir dann auch aufhören, ne So, weil das ist ja eigentlich Hallo Nimmst du? Was ist eigentlich? Bei mir ist grad voll Buggy alles grad Irgendwie geht grad nichts So Geh schon mal wieder in den Wald mit dem Ding da Achso, nö, es geht jetzt nach innen und außen auf Ich hab das irgendwie so gebaut, dass das mal mit den beiden geht Auch nicht schlecht Es geht ja mit Nur nach außen Oder nur nach innen Oder beides Achso Okay Jetzt hab ich Es tut mir leid Alter, die Fallen sind immer noch nicht ausgelöst Ist schon traurig, ne Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, oder Das ist, glaub ich, jetzt schon ein bisschen Buggy Weil ich hab grad keine Ausdauer, nichts Doch, ich hab echt gute Ausdauer Nee, gar nichts Ich muss echt erstmal Essen holen Ähm Weißt du, wann wir aufgenommen haben? Jede Folge das gleiche, es ist so schlimm Nee, ich glaub, wir haben erst so 12 Minuten oder sowas Ich glaub, fünf Uhr halb haben wir angefangen Ich glaub, das ist noch alles im Rahmen des Glaubten Hm Ups Aber ich glaub, die Fallen sind halt langsam auch fehl am Platz, ne Weil da überhaupt kein Wald mehr ist Und ich weiß nicht, wie die Tiere da reagieren Ob die dann da noch rumhüpfen Ich weiß nicht Ja, gut, am Strand hüpfen die Hasen auch noch rum Na gut Also Oh Hä, mal welchen Bombay Aha Ist wieder eine Statue Wä, das sieht richtig widerlich aus Mit den Stiften Zwischen den Zehen und so Na ja, Stoff, oder? Jawoll Jawoll So Aber wir müssen schon extrem weit in den Wald jetzt rein, ne? Ist müßig Oh oh Ich bin nicht auf die Falle Ah Ja gut, die Falle, wenn die sowieso nichts fängt Ist ja eigentlich auch schon wieder egal Ja Eigentlich schon Und wenn du leicht gegen den Baum springst, ne? Kannst du ungefähr die Fallrichtung bestimmen Okay Ach, verdammt Bring's zurück Bö 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 Hammer Halt, die will ich wieder abkulzt haben, das ist schon krass Na ja, das ist schon übel, ne? Das ist nur für eine Waller eigentlich irgendwie das gefühl das ist jetzt nicht dein ernst oder ja ich mache jetzt eine doppeltür ich werf sie mal dahin da ist die stark die waren da alter alter wie sie auseinanderfällt oh mein gott das kann so einfach nicht sein vielleicht zum kotzen weißt du es manchmal wenn das teil so schiebt hört sich das anders als ein eingeborener kommt echt ja irgendwie so ganz komisch ich werde schon parodiert irgendwie das fängt wieder zu einem regner sehr schön immer ich drücke immer i zum bauen ich weiß nicht warum das ist zum heulen sowas scheiße weil der chaos das kotzen kriegen gerade es läuft gerade nichts wie alter wie es soll schon nichts mehr da ja gut dann halt direkt noch was es tut mir leid ich muss die tür noch mal abreißen es stört mich einfach so unheimlich gerade das ist gerade voll zum kotzen es tut mir so leid alle die gerade zuschauen die denken oh mein gott hat hingebaut oder so was da ist ein scheiß eingeboren ich schaffst du den der schaffst du kommen mit meiner neuen waffe hier sehr schön gut dann werfe ich ihn gleich mal ins feuer dann da ist noch einer der hilfe kommen bis ich schalte alter was ist ein scheiß problem heute ist freundlich noch die kompiker alter hätte all die rennt zu dir und okay alles gut ja gleich ins feuer dann mit ihr ja alle die neue ich habe keine ausdauer ich habe null ausdauer hat 23 schläge und dann ist sie weg ok vielleicht doch mehr schläge kann schon lockholder wo bist du jetzt kommt es auch mal wieder kaum ist kaum ist die mauer aufmerksam ist ja ich glaube die mauer macht das schon unterschiede ich glaube das passt auch ich nehme auch mal die waffe die neue waffe ist achte es kommt du bist schwach du kommst noch selber ins feuer noch nicht ganz gut dass du jetzt gekommen ja schöne knochen will ich mit den ganzen köpfen haben ja die kämpfe sind du hast du weil es erregnet na geht es ganz halt aus ich brauche noch ein paar knochen ich hätte du hast mir irgendwie alle knochen weg genommen ja ich du hast mir vorhin ganzen knochen weg genommen lassen wir brennen und jetzt kommen noch holt er holt man den anderen stickdings weil keiner verbrennen ich brauche noch ein paar knochen ich glaube jetzt sind wir über länge kann es sein kommst langsam gefährlich nahe hin alter was ist denn jetzt oh scheiße es wird schon wieder dummer ja wir brauchen unbedingt jetzt die loks unbedingt holst du die ich warte schnell auf die knochen ach ich drehe weiß nicht ne schlafen wir schlafen dann oder ja ach scheiß drauf ist doch immer laut ewig ich helfe dir schnell mit dem ist der voll der wagen nicht ganz ist schon gefällt oder musst du noch fällen ich weiß gerade nicht ich sehe gerade zu wenig ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich schon gefällt habe oder nicht ich sehe gerade aber keine ich bringe es aber mal zurück das müssten jetzt hoffentlich genug sein oder wohl wie viele brauchen wir denn ich weiß das nicht du zeigst ja nicht an weil es zeigt es mit dem boot zusammen an das ist ein bisschen nöd ja oh ich friere langsam wieder ah diese ganzen baumstummen ich habe einfach null ausdauer ne ich würde gerne helfen aber ich habe echt null ausdauer obwohl die reichen vielleicht sogar ah ja oder auch nicht obwohl scheiße ach wie viel fehlen auch zwei oder so wahrscheinlich oder ja das müssten wir uns aber schon beeilen ach komm schon wir fällen jetzt einen baum wieder du musst fällen wir ich habe echt keine ausdauer ich kann auch nicht sprinten nichts das ist wirklich ganz unten gerade ja ich trinke soda ach ich habe keins dabei ich ich dann esse ich schnell einen snack davon haben wir eh genug oder ja ja ich sehe hier gerade rein gar nichts verdammter baum ich verdammter baum hier ich glaube wir müssen echt die folge werden ich bin grad voll im gefühl dass wir alter wo ist keine folge ja wir sind schon ziemlich drüber jetzt glaube ich schon komm mal mit dem ja ich würde halt gerne auch schnell das tor fertig machen komm schon fell schneller schneller muss auch mit ans feuer und dessen solcher obwohl ich glaube wir haben wir sind jetzt mit 20 minuten wenn ich mich nicht ganz toll ah ja könnte ungefähr hinkommen das extreme überlänge haben wir noch nicht klar schauen aber ich habe auch gleich keine Ausdauer mehr ach endlich du bist echt viel schneller mit dem drücken ich das ist echt unfair es ist fertig jawoll und es sieht doch gut aus oder ja ähm geht zu jetzt geht die kacke halt nach innen auch ne aber es ist ja eigentlich wurscht oder ah hier tue ich schnell den lockholder also jetzt nicht beidseitig sondern nach innen oder was ja nur nach innen ok wieso nur nach innen ging jetzt nicht anders ich weiß nicht ich habe es irgendwie einfach nur gebaut ich war froh dass ich es hinbekommen habe und dann habe ich nicht mehr drauf geachtet in welches Richtung das aufsteht ist ja wurscht ist egal so ähm ja ich würde schlafen und ähm ja ich weiß noch schon was vielleicht verabschieden wir uns vorher ja so jetzt aber dann 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 speichere ich nochmal dann speichere ich nach dir nochmal so ja dann danke fürs zuschauen und in der nächsten folge versuchen wir mal ein bisschen mehr zu machen hatten wir eigentlich schon nicht vor das ja eigentlich aber es zieht sich doch irgendwie ganz schön ja weil wir dann doch das tor gemacht haben ja es war halt ein anderes projekt aber dann das tor weiß dann können wir mit den locks direkt runter dann müssen wir nicht immer von oben da stehen bleiben oder das ist dann vielleicht noch einen zweiten lock ding da bauen dass jeder eins hat ja genau da können wir zwei voll machen und dann können wir richtig runter da können wir richtig ja gut dann sieht man sich wieder bei der nächsten folge danke fürs Zuschauen ciao